Mainz 05 klopft am internationalen Geschäft an und die TSG Hoffenheim steht auf einem Relegationsplatz. Ein Team wie die TSG Hoffenheim, wann war das denn mal zuletzt, dass Hoffenheim auf einem, sagen wir mal, fast Abstiegsplatz stand? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber die Mainzer, finde ich, haben ein gutes Spiel gemacht, aber Hoffenheim war nicht schlecht, aber sie haben sich mal wieder nicht belohnt und mal wieder kein Tor erzielt. Es war Barrero, der für die Mainzer das 1 zu 0 und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt das verdiente 1 zu 0 erzielt. Es war ein bisschen bitter. Erst die direkte Abnahme eines Mainzers, Baumann pariert den Ball noch und Barrero kriegt den Ball irgendwie über die Linie gedrückt. Bitter für Hoffenheim, vor allem, weil das wieder so ein Gegentor war, was man hätte vermeiden können. Und für Hoffenheim sieht es im Moment sehr, sehr schlecht aus. Die nehmen in meinen Augen den Abstiegskampf überhaupt nicht an. Da ist nicht dieser Wille zu spielen. Da lobe ich mir Schalke. Die zeigen wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr starke Leistung. Und Mainz, auch allgemein mit Bo Svensson, ist immer für eine Überraschung gut. Der vierte Sieg in Folge, das müsste Vereinsrekord sein, also zumindestens mit Bo Svensson. Und ja, also es ist ein verdienter Sieg am Ende. Hoffenheim, ja, die tun mir mittlerweile sogar richtig leid, haben eigentlich einen super Kader, aber können einfach kein Kapital daraus schlagen. Und wenn das so weitergeht, befürchte ich leider, dass die TSG nächstes Jahr in der 2. Liga spielen wird. Und Mainz vielleicht im internationalen Geschäft. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.